und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von resident evil 3 dem remake ja in der letzten folge sind wir wieder dort angekommen wo wir eigentlich auch gestartet hatten und zwar in diesem raum hier bei mir im hintergrund beziehungsweise bei jill im hintergrund könnt ihr noch sehen dass wir den roten edelstein gefunden haben und dass wir noch den grünen und den blauen finden müssen wir haben jetzt noch zwei varianten und zwar haben wir nein suchen wollte ich nicht haben wir noch einmal in der nähe vom donut laden ich habe schon wieder die orientierung verloren ist ging ja hier oben glaube ich rein genau da oben haben wir noch den feuerlischtrand den möchte ich jetzt als erstes machen und wir haben noch eine ecke wo wir die zombies stehen gelassen haben das war allerdings jetzt hier nach dem feuerlischtrand das war hier oben glaube ich da müssen wir dann auf jeden fall auch ja mal gucken ob wir da weitermachen können ich sehe gerade hier unten war die zugekettete tür müssen auf jeden fall gucken ob irgendwo ein bolzenschneider oder irgendwas finden das alles aufgeladen ja dann würde ich sagen erst mal den hydranten machen ich will nicht sagen weil normalerweise dann das gegenteil eintritt aber mit der steuerung jetzt also ich habe jetzt typ c eingestellt das kann man nämlich einstellen komme ich wesentlich besser zurecht als mit der anderen steuerung typ aber ja automatisch eingestellt ich hoffe jetzt nur dass hier nirgendwo die zombies wieder aufstehen wenn ich herumlaufe das wäre nämlich etwas doof so jetzt müssen wir hier mal eben gucken das war da hinten genau da muss ich jetzt nur ein bisschen vorsichtig sein ich denke aber dass die erst durchgebrochen kommen wenn ich da hinten das feuer gelöscht habe sieht man nämlich ganz so aus gut so einen dicken schlauch mal eben mit der handtasche mitgenommen kein thema haben wir den noch nein sehr gut dann haben wir jetzt hier noch ein plätzchen frei repair ja ich würde auch gerne mal ein paar sachen reparieren lassen okay hier ist noch mal ein speicherraum ja dann können wir noch mal speichern dann okay das wäre jetzt natürlich überflüssig alles wir brauchen diesen dämlichen dietrich ich meine es guti 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 dankeschön ein bolzenschleider wird schleider gesagt oder schneider ich weiß es nicht meine zunge war gerade so angepappt sehr sehr geil da können wir auch direkt direkt die tür öffnen aber ich glaube die wollen wir gar nicht öffnen aber ohne scheiß ich würde jetzt erstmal gerne die sachen die wir jetzt hinterlassen haben das war eine zugekettete tür da war ein vorhängeschloss da war auch noch mal eine zugekettete tür ich würde eigentlich sagen dass wir erst mal die beiden türen hier öffnen ich meine sogar es wären noch mehr gewesen dass wir irgendwo drinnen noch ach genau die schrotflinte war das in dem donut laden nee das war hier oben links in dem u-bahn büro glaube ich die müssen wir auf jeden fall also zwei türen und dann die schrotflinte will ich mir auf jeden fall noch holen ich habe nur drei plätze frei naja gut schießpulver draußen werden jetzt wahrscheinlich noch eine menge zombies hier auf mich warten gehe ich mal von aus die jetzt durchbrechen werden frage ist nur brechen die durch wenn ich dran vorbei gehe oder wenn ich die tür öffne aber der liegt noch da ok oder sie brechen noch nicht durch ja gut dann halt nicht dann gucken wir jetzt noch mal moment hier war jetzt eine tür die wir noch ausschließen konnten na genau da nehmen wir den bolzenschneider für klopapier an diesen küchenrollen aber egal küchenrollen sind auch komplett ausverkauft aktuell wegen der corona krise ein schmuckkästchen sehr gut das können uns direkt schon mal angucken ich hoffe dass da nein untersuchen ich hoffe dass da jetzt auch noch mal so ein ding drin ist ja perfekt okay dann können wir gleich noch mal zurückgehen und den blauen auch einsetzen bestimmt noch irgendwo leichen rum oder so ich traue den braten hier nicht so recht ich meine wer die resident evil spiele kennt weiß was ich meine hochwertiges schießpulver wusste ich doch dass wir das auch noch mal bekommen ist hier noch irgendwas nicht danach aus doch da ist noch was erste hilfespray sehr schön ok ich hoffe das ist jetzt alles was wir hier machen können und müssen ja da hinten geht es nicht weiter ja perfekt muss ich dann doch noch mal eben schauen hier moment ich bin von da hinten gekommen genau hier waren die zerfledderten leichen da kam ich her es ist zumindest etwas gutes normalerweise ist das scheiße wenn zombies liegen bleiben aber so weiß man dann zumindest noch wie man gelaufen ist und wo man hin muss ich habe normalerweise also im richtigen geben wahnsinnig guten orientierungssinn aber wenn ich resident evil spiele oder solche spiele da ist es irgendwie finde ich weiß auch nicht warum so moment da machen wir jetzt einmal das hochwertige schießpulver kombinieren jetzt einmal mit dem normalen dann haben wir nämlich schon mal die flinten munition die legen wir jetzt erstmal noch da rein wir holen uns obwohl naja wir holen uns die flinte moment wir holen uns die flinte wir machen das anders wir legen das sturmgewehr rein und die munition und das erste hilfespray so und dann werden wir nämlich gleich die schrotflinte ja noch holen wir hatten jetzt nur keinen platz mehr um alles mitzunehmen und werden jetzt nochmal eben gucken dass wir den hier reinlegen können dann brauchen wir jetzt noch einen grünen folglich was kriegen wir denn jetzt wir haben noch keine schrotflinte aber wir kriegen schon einen taktischen schaft für die flinte sehr geil ich würde eigentlich schon fast sagen das nehmen wir mit weil wir haben ja jetzt noch fünf plätze frei dann können wir das direkt an die schrotflinte dran machen guti 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 sehr sehr geil soll ich jetzt nochmal speichern ja komm wir stehen jetzt gerade schon mal hier so nehmen wir mal den ersten nein doch ich will den überschreiben ich mache immer so zwei drei spielstände und überschreib die dann eigentlich ist es natürlich blödsinn war ich hier eigentlich schon mal ne hab ich noch nicht geguckt aber hier gibt es auch nichts so wie es aussieht ok eigentlich ist es blödsinn so viel zu speichern aber ich meine das ist die erste runde wo man mal durchschaut wie alles ist und was neu ist und was vielleicht auch schwer ist und so weiter und da können wir dann auch einmal lieber einmal mehr speichern als zu wenig bevor wir den ganzen Mist wieder alles neu machen müssen das ist schon meine Meinung ne ist das ja ziemlich egal wie viel speicherstände draufstehen später ist es mir nicht egal jetzt muss ich mal eben schauen Moment ähm da ist nämlich noch ah ne da war das Vorhängeschluss ok ok da müssen wir auf jeden Fall erstmal hier runter äh später ist es mir dann nicht egal also ich werde auf jeden Fall wenn ich das spiel durch habe auch nochmal den normalen Modus machen und den schweren Modus machen ähm sind wir eigentlich schon mal da hoch gegangen fällt mir gerade ein sind wir noch nicht ne wir müssen aber jetzt ne wir müssen erstmal durch den Donut laden um die Schrotflinte zu holen ähm Jungs steht ihr jetzt auf? noch nicht wahrscheinlich irgendwie auf dem Weg zurück dann könnte ich mir gut vorstellen so Moment hier war das genau sag mir jetzt bitte nicht dass Hunde dahinter sind ich hasse Hunde und ich weiß dass die irgendwo in diesem Gebiet waren im Original und ich denke dass sie auch hier bei sein werden oh Gott das ist erstmal ein Zombie ich trau dir nicht ich wusste warum ich dir nicht traue Arschloch ok oh da hinten ist ein Fass das ist kein gutes Zeichen ähm guten Tag wo kommt ihr? hallo guck 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 mal hier bin ich ja komm komm noch ein Stückchen noch ein Stückchen ich sehe gar nicht wer da alles da ist komm weiter weiter die anderen sollen auch kommen oh nee ne dein Ernst ja jetzt kommt ihr Penner das war so klar ja jetzt kommt ihr Penner also ich habe hier eine andere Erfahrung gemacht aber das heißt ja mal Frauen kommen immer später ne war da nicht noch ein dritter? geht die langsam der ist glaube ich tot der ist ja abgefackelt worden hier wer den äh das Remake vom ersten Teil kennt weiß was ich mit abgefackelt meine ne ich wollte aber eigentlich die hier gucken aber die scheint tot zu sein ok gut wir haben noch 45 übrig das ist ok du bist aufge.. oh sehr schön wir haben jetzt ein bisschen mehr übrig du bist aufgefressen worden aber dir traue ich auch nicht ok gut ne der hat nur noch was ah eine Handgranate ok haben wir hier irgendwas zum öffnen ne ne was ist mit dir die ich geb.. ah sehr schön Flinten Munition sehr schön was mich dann daran erinnert dass ich ja eigentlich die Flinte holen wollte wo bin ich denn jetzt überhaupt hingelaufen achso ich habe das geöffnet hier genau so die Flinte mein Orientierungssinn in Resident Evil ist irgendwo hier oben genau da muss ich reingehen da liegt jetzt einer der noch nicht aufgestanden ist fällt mir gerade auf ich traue dir immer noch nicht wahrscheinlich stehen die aufwändig die Flinte ab oder so normalerweise ist es ja so wenn man gute Sachen bekommt dass sie dann immer aufstehen das ist ja immer so das ist ja immer so scheiße dann ist man immer gewählt diese Sachen auch zu benutzen hier genau einmal den Bolzenschneider bitte ah Baby kommt zu mir mit Schrotflinten kenne ich mich aus eine M3 sehr schönes Teil ich hoffe dass die jetzt auch wirklich damit kombinierbar ist ja perfekt oh ich habe die eine Errungenschaft freigeschaltet ich bin ein Büchsenmacher ah und sehr geil die ist jetzt direkt wenn ich nach unten drücke drin ich muss allerdings aufpassen weil die die Granaten nämlich auch direkt in die Kurzweil reingeworfen haben das ist natürlich ein bisschen blöd ähm ok also unten ist die Schrot und wir haben auch noch 15 jetzt weiß ich natürlich nicht ne ne wir können die aber nicht auf ach da kommt dann auch noch einer gleich rein ihr Drecksäcke ich habe es doch gewusst achso hier ist noch ein Vorhängeschloss sonst war hier nichts ne aber ich habe gewusst dass irgendwas hier passieren wird das war so klar aber das hört sich eher nach ein Zombie an ich glaube nicht dass das jetzt ein Hund sein wird ne ne der klopft noch oder komm hab ich ihre Schrotflinte Herr Officer es tut mir leid oder eigentlich auch nicht ich stech dich ab egal ob du ein Hüter des Gesetzes bist oder nicht so ok ähm dann muss ich jetzt aber trotzdem nochmal eben achso jetzt zeig der mir die äh Moment einfaches Schloss einfaches Schloss Schalltafel ja die Schalltafel hat der doch nicht hat doch eben nicht funktioniert ja wir müssen ja sowieso wegen dem einfachen Schloss nochmal wiederkommen da ist aber keine Freunde dabei oder ach das war der der hier drauf lag ah ich habe gedacht der kommt erst wieder wenn ich runter gehe ok ok so jetzt schauen wir nochmal eben auf der Karte da oben sind wir noch nicht gewesen ähm das war die Garage das waren auch die Schlösser Schlösser ja unten sind wir auch nicht aber unten kommen wir glaube ich gar nicht rum so wie es aussieht im Donutladen haben wir noch nicht alles gemacht achso da war noch ein einfaches Schloss denkmal einfaches Schloss achso denkmal das ist hier ja gut ja dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig als nochmal hier oben rum zu laufen da ist jetzt aber keiner da ist nichts zum drauf schießen oder doch da das wollte ich eigentlich treffen ha war aber sehr schwer anzuvisieren muss ich sagen oder liegt noch einer muss auch mal ein bisschen gucken dass hier keiner rausgesprungen kommt hallo ich habe doch A gedrückt das war nicht die Pistole die ich haben wollte Mann Dreckskerl wegen die habe ich jetzt die Munition verschleudert du bist tot oder? ja dich sollte es eigentlich auch erwischt haben okay okay ah hier ist noch was uh ja hier ist noch was genau zerfledder ich dein Gesicht oder was? okay ne ich wollte eigentlich erstmal das machen und dann auf die Pistole umschalten Schießpulver sehr schön Schießpulver und Munition kann man immer gebrauchen wobei ich glaube bei Schießpulver ist jetzt nur ein Gefühl aber ich glaube bei Schießpulver bei Schießpulver kommt ein bisschen mehr raus was höre ich denn da? okay hier haben wir noch mal eine Pflanze die schnappen wir uns direkt sacken wir uns direkt mal ein das Blut da hinten sieht jetzt nicht so gut aus aber ich glaube das ist nur dass wir das dann hier einsammeln können Küchenrolle ich will die Küchenrolle die sind seit Monaten ausverkauft wegen Corona Toilettenpapier ist auch nicht mehr vorhanden hier wir müssen in Deutschland sein das ist gar nicht in Recon City das ist im deutschen Supermarkt so okay hier haben wir dann anscheinend nichts mehr aber wir können noch weiter nach links zeigt er uns was an? meint hochwertiges Schießpulver? hä? ach da! oh! dankeschön liebe Übersichtskarte jetzt sind wir clean hier so die Frage ist da komm ich nicht durch oder? ne da ist alles zu bleibt uns jetzt noch der Weg oben rum wobei ich eigentlich sagen würde weil die Folge ja auch gleich zu Ende ist dass wir jetzt erstmal Richtung Donutshop nochmal laufen ich glaube ich will gar nicht wissen was da jetzt gerade so geknallt hat war hier eigentlich irgendwas mit Vorängeschluss oder so da ist noch eine Tür ne? ach da komm ich nicht hin okay achso ne das ist der ja oh Gott ja meine Orientierung ich sage es doch das ist der Speicherraum gewesen wo ich hin wollte so okay dann machen wir das hochwertige Schießpulver würde ich sagen erstmal da rein das war zwar das normale nicht das hochwertige aber das machen wir trotzdem beides erstmal da rein die Granate machen wir erstmal da rein und das grüne Kraut machen wir erstmal da rein weil ich glaube wir hatten kein rotes bisher gefunden das haben genau das einzige was wir haben ist kombiniert deswegen ähm ja tun wir das erstmal alles hier rein was mir ein bisschen Sorgen macht dass wir jetzt so viel Kraut und so viel Munition bekommen haben ich hoffe jetzt nicht dass wir jetzt gleich auf Nemesis treffen das fände ich nämlich dann nicht so geil also das ist das einzige wo ich ganz achso ne muss ich vorher mal haben wo ich ganz ehrlich sagen muss ich habe es damals schon gehasst und ich hasse es momentan auch absolut ähm ja das Nemesis halt in diesem Spiel dabei ist so laden wir die Schrot mal eben nach ist ja sowieso nur eine Pistole äh eine Patrona die ist aufgeladen okay ja dann würde ich sagen dass wir hier nochmal schnell speichern äh da drauf genau und dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen weil die Folge für heute zu Ende ist und das doch ja ein ganz guter Moment ist denke ich mal wo ein bisschen die Action raus ist dass wir hier einen kleinen Cut machen können ich denke mal dass in der nächsten Folge wieder irgendwas brutales auf uns wartet wir gehen auf jeden Fall mal oben rum ähm ich glaube zwei Stellen gab es da wo wir oben rumlaufen können wahrscheinlich kommen wir dann genau die Stelle aus wo wir dann noch hätten rumlaufen können also dass das die beiden Enden sind mal schauen das sehen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge und ich hoffe dass wir dann auch endlich mal irgendwo einen Dietrich finden weil so langsam ja habe ich die Schnauze voll ich will doch endlich mal die ganzen Schlösser aufmachen können die halt eben hier sind ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen bis dann Ciao Ciao Ciao